Hallo Leute und willkommen zurück zu Lets Play! Minecraft! 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 Nachdem wir in der letzten Folge... Ouch! Wooowowow... Das ist so dunkel... Oh Scheiße! Nachdem wir in der letzten Folge angefangen haben unser Haus zu bauen... Oh Gott, die liefen mal ein... Oh mal gucken... Um Glockkammer oder so kann ich hier nicht holz rein... Oh, Leute, wir sind glaube ich gearscht. Naja, so schlimm ist es aber hier drüben. So schlimm, ich weiß gar nicht, was es ist. Oh, ich hab schon eine Tür gebaut. Cool, ich hab eine Tür gebaut. Haha, ich hab eine Tür gebaut. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Entschuldigung, ich musste kurz mein Herz ein bisschen umrichten. Versteht ihr mich überhaupt gut? Ich weiß es eben nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Versteht ihr mich jetzt besser? Versteht ihr mich so gut? Versteht ihr mich? Versteht ihr mich? Versteht ihr mich? Ich werde jetzt mal gucken, wenn ich im Replay gucke. Meine Drogenvideos. Das war eine Momente. Wir haben gerade eine Wiener, das war cool. Oh, yeah! Wir gehen auf meine Kondome, Leute. Wir gehen auf meine Kondome. ja wir gehen auf mich das kommt los das gehört auf den Pen es wäre gedank ich bin viel ankelemer Kuhfleisch 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 ich brauche ich brauche Mama ich brauche gerade dein Fleisch ich lachte sie oh ein bisschen Leder ist auch dabei ich würde sagen wir bauen uns auch erst das nächste irgendwann später fände ich wir gehen jetzt ein bisschen meinen meinen ohne Spitzsocke oh nee ich habe hier einen Mumu-Stahl gebaut aber ich habe da keinen Weizen zum Sammeln ich bin so blöd Leute ja ja oh ja muss noch ein bisschen mal muss noch ein Block raus kloppen muss er und es ist ein bisschen erde raus kloppen also äh ich müsste noch hinten mitten gras steht so ich brauche noch ein bisschen Wunnenwerkzeug und ich gehe mal bis die Mine erfolgen. Schau, vielleicht finden wir auch was. Oh je, ohne Fackeln gehe ich schon nicht rein, Leute. Schau mal ein bisschen steinig aus dem Böden. Ein bisschen schleunig. Wenn wir mal irgendwie zu machen, um ein bisschen Holzkohle zu schmelzen. Holzkohle zu schmelzen. Holzkohle zu brennen. Damit wir uns zwei, dreifachen haben, weil ich möchte nicht einfach mal totspringen. Das reicht. Das reicht doch nur für ein, zwei Steinpicks. Steinpisch. Spitzhacken. Oh man, I love the Moo Moo. Oh ja. Oh, schieben ist ein bisschen schieben hier. Ja, genau, genau, genau. Aaaaaah. loanboy. Oh oh da hinten ist noch da hinten. Da hinten ist noch eine Kuu. Bleib schön hier drin, kommt. Möh missed. Möh möh. Nein! Kuh bleibt draußen, krie prohib Private Große trat rein, die wieder rein. Oh komm, du musst hier wieder rein. Ja genau genau genau. der liegt dann auch schon rein so eine Kuh haben wir und die andere die kriege ich nicht die ist schon vorbei die tue ich mal kurz wo schnitzeln so wie er sich gerade umgedreht ist man schon na komm dann sind wir auch die arme Kuh können wir sie nachher reinholen so die kriegen gerade einen Schmelz oben vor die Tür gesetzt müssen wir kurz noch ein bisschen Holz holen ich glaube ich bin mit einem Pappschwert hier ein Holz reicht schon gut zu sagen ein Holz reicht doch nicht ich muss nur vielleicht ein paar Stiggis kaufen wenn ich schlau bin so und dann mal ein paar Stiggis so vielen Dank so dann machen wir uns mal so eins und so eins so und ich würde sagen jetzt können wir mal in die Mitte gehen jetzt immer gut vorbereitet in die Miene in die Höhle oh 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 aber jetzt nicht jetzt nicht oh jetzt schon Ende was ist denn das will noch 15 Höhle hier Licht gefunden oh nicht gefunden hier ja scheiße ja naja dann mach ich doch das was ich auch mal auf screen gemacht habe so geile shit geiler shit ist das Leute ich verspreche euch verspreche euch Leute auch wenn ich mir keine ein kleines ein kleiner See ein Hühnchen oh hier ist ein Mini Höhle huuuuuhh 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 huuuuhh huuuuuhh huuuuuhh das war knapp Leute huuuuuhh die huuuuhh du ich habe schon was gedacht dass irgendwas passieren muss Sonst ist es langweilig, es wird langweiger Verkauf. Nein, nicht in der zweiten Folge schon sterben. So, wir klopfen jetzt mal ein paar Steine raus. Denn ich möchte euch was zeigen, was ich gemacht habe. Es ist ammergeil. Dafür brauchen wir Steine, 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 Steine. Naja, aber was ist denn das? Twisslet Place ist uns langweilig. So, wir suchen noch mehr Steine, wir klopfen noch mehr Steine aus dem Boden, aus dem Boden, Boden, Boden. Wir klopfen noch mehr Steine aus dem Boden. Flammer, man probiert sich. Naja, naja, naja. So, den Ding klatschen wir auch mal hier zu unserer Fabrik hier. So, und zwar brauchen wir dafür Treppen, 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 schöne viele Treppen. 24 Treppen reicht vorher erst. Jetzt haben wir noch mehr Steine aus der Wand. Ich muss einfach aufpassen, ich habe das Gefühl, ich glaube da oben... Ui. Soll ich lieber hier drunter? Soll ich auf dem Krebsfeld. Ich glaube über uns sind so ein bisschen Sandhügel. Mit der Eingratzung sowas von dem Arsch. Er im Arsch. Okay, noch ein bisschen und da, noch ein bisschen und da, noch ein bisschen und da, noch ein paar aus und da und da und da und da. Hier und... Mamma mia. was war hier drunter? whatsappt Wurkut schnochen х bring Sch Uh, durchgegnete embody inh Da holen wir uns diesen Verlauf noch. Ein bisschen Sonneigraubst dazu. Da wir hinten schön mit schönem Wackellicht arbeiten können. Noch mal Steine aus der Wand kloppen können. Oh! Während der Nacht. Ich sage euch was. Vielleicht kommt noch meine Schwester und Kumpel auch mal herzu. Zum Let's Play. Aber ich weiß noch nichts. Aber es wird vielleicht noch ein, zwei Personen manchmal kommen. Mitzucken mit uns. Oh, ich hasse diesen Verlauf. Oder was? Meine Zäune verschwindet nicht viel. So eine Scheiße hier. So. Ich habe mich alles voll gezäunt. Ich habe keinen... Ah, wenn du dich nicht verkaufst. Na ja, die kann ich wiederholen. So, wir tun hier noch ein paar... Steinchen rauskloppen und hier und da und da noch mal einen. So. So, dann noch mal hier und so und da. Wachst du hier auch schon? So schön, wenn sie hier wachsen würde. Oh, meine Mutter kommt gerade rein. Und sie geht auch schon wieder. Ah, wir haben zu öffnen. Ja, der Kanal ist ein bisschen blöd. Wir gehen schon mal mit dem Bauch. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Frie. Wir brauchen noch eine Frie. Wir brauchen noch ein 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 Frie. Ich möchte jetzt mal etwas sehen hier. Bisschen ausleuchten. Oh, hier drin ist ja.. Ja! Hier ist ein Hündchen. Häh ähh... Oh, wir haben mittlerweile schon Steck. Industrial Stein. So. ich bin blöd hier ausleuchtung so und dann will ich auch was sehen und hier nochmal... so und zwar ich weiß nicht wo soll ich nie machen kann man schön fluss ich würde sagen genau hier hier wird das passen oh ne das hab ich noch mal von dir gesetzt und mit da noch einer aber dann höher werden dann haben wir ja noch nicht also und zwar bauen wir dafür Steine und Treppen. Ihr könnt bestimmt schon denken, was wir bauen. Und zwar ein Tor. Und zwar so. Nach meinem Baukonzept. Und zwar so. Ein bisschen stark verschwindet euch. Und dann bin ich so schwarz. So. Komm, 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 komm. Boah, ich muss ja meine Hand nachsetzen. Wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das nicht aus? Das hat doch auch privat funktioniert. Genau das möchte ich. So. Auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Grundstellen. Und jetzt nicht weiter, weil wir haben noch genug andere Sachen zu tun. Und unter den Sachen ist doch mal noch mehr Holz holen. Wir leiden unter Holzmangel. Und da müssen wir kurz ein bisschen, 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 bisschen Holz holen. Und überleg mal, wenn wir das neue Update von Minecraft hätten, würde ich hier sogar ein bisschen angeln. Ein Bildschirm auf die See rausfahren. Ein Bildschirm auf die See rausfahren. Ein Bildschirm auf die See rausfahren. Wird auch gut. Mit euch gemeinsam. Und ein bisschen ein paar Plungis, ein paar Diggis, ein paar Diggis. Ein paar Diggis und ein Krafen-Kai-Blows. Obwohl hier ein bisschen von Lebe hier. So. Jetzt wird ein bisschen die Roll-Rode hätte, würde ich sagen. Aber dann wird das so schön sein. So. 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 Ich hoffe. So. von dem sand bekommen und ja am haus hat sich nicht viel getan und die ist die die Das wäre auch cool, so Minecraft machen wir aus Minecraft, jetzt werden wir Minecraft verschwunden oder so. Wir fahren mit dem Boot raus und dann wird wir nie mehr wieder und dann wird das Minecraft verschollen. Das wäre eine coole Idee. Und wir sind irgendwie mit dem Boot gefahren. Und vielleicht gehen wir uns auch mal auf Pilze. Oh, guck mal, wisst ihr was? Ich mache mal ein bisschen länger diesen Part. Geht mal ein bisschen kurz ein bisschen auf Pilz suche. Vielleicht klettern wir mal kurz einen Berg hoch und vielleicht finden wir ein paar Pilze. Denn da würde ich ein bisschen Pilze aber sonst machen. Oh je, aber ich würde sagen, wo sind hier Pilze mit? Nein, die sind überhaupt nicht mehr. Ich bin so ziemlich auf einer Insel gelandet. Tinten ist auch nichts. Ist nicht auf der Insel. Aber ich würde sagen, irgendwie ist das mal ein kurzes Patient, wenn wir die Insel hier verbaut haben. Aber wie sehr steht nur das von uns hier. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt und endlich zum... Bis zum nächsten Mal. Euer Liloンドranger5 Tschüss! Vielen Dank.